herzlich willkommen zu einer weiteren folge von einer zelle blog like ja wir schauen jetzt einfach mal heute war ja der toten schütze bei uns im shop gewesen gucken wir doch einfach mal wie im ähnelt denn heute der toten schütze so leute wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollte eine news gerne im item shop den kreter kurz sofort gleich steht tv darauf annehmen drücken und unterstützungs kostenlos und ich würde sagen viel spaß mit dem video so dann ziehen wir mal das bild rein und jetzt kommt eine überraschung nicht es ist keine frau wir gehen hier drauf axel rose ja könnte man wirklich sagen so von der gesichtsform also axel rose rocker wahnsinn 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 ja mega geil dass wir mal hier so einen richtigen richtigen promi da mit drin haben aber leute wir haben einen deutschen promi und dieser deutsche promi ähnelt dem toten schützen meiner meinung nach viel viel mehr als axel rose das ist unser panik rocker guckt euch an unser panik rocker ist am start hier also wenn das keine ähnlichkeit ist dann weiß es auch nicht mehr panik rocker udo lindenberg hier passt perfekt passt wirklich perfekt zu dem toten schützen guckt euch an das ist ähnlichkeit leute 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 ja wenn ihr auch der meinung seite da bin ihr vielleicht sogar noch eine bessere idee habt einen besseren vorschlag dann schreibt es doch mal in die kommentare abonniert unseren kanal benutzt unseren peter kurz sofort gleich steht tv und schadet das nächste mal wieder ein wenn es wieder ist fortnight seller blick gleich mit minimalen gleich haut rein macht's gut bis dann tschüss